Hallo, ich bin Julian, Gründungsmitglied von Kinder- und Jugendrat Flöhn. Durch Corona konnten wir unsere Treffen nicht normal machen, deswegen haben wir das online über Zoom gemacht. Und wie hat das geklappt? Eigentlich ganz okay, ja. Es gab keine Komplikationen in der Planung oder so? Es war halt schwer, einen Termin zu finden. Aber das ist das bestimmt offline auch manchmal, oder? Ja. Und engagierst du dich abseits vom Kinder- und Jugendrat Flöhn auch noch irgendwo in der Gesellschaft? Ja, ich bin erstens bei den Pfadfinden und zweitens noch bei der Freiwilligen Feuerwehr Bülsdorf. Und durch Corona konnten wir uns halt bei der Feuerwehr auch nicht treffen und deswegen haben wir bei der Feuerwehr auch ein oder mehrere Online-Metings gemacht. Und falls ihr noch irgendwelche Themen habt, die die Jugend und Flöhn vielleicht interessieren könntet, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin Liebke, ich bin 16 und auch im Jugendrat Flöhn aktiv seit November 2019. Ich bin auch Gründungsmitglied. Und engagierst du dich abseits vom Jugendrat auch noch anderweitig? Ja, ich gehe auf Demos und bin auch in der Open-Nichtil dabei. Und was sind da so deine Themen? Auf welchen Demos warst du jetzt in Corona-Zeiten unterwegs? Ich war auf Zweien, also theoretisch auf Zweien. Die eine war in Hamburg, das war eine sehr große Black-Gas-Meta-Demo, wo es am Ende auch ein bisschen zur Sache ging. Und die andere sind wir zwei Stunden in der gelaufen, weil wir nicht genau wussten, wo die Stadt findet. Und nachher sind wir am falschen Ort gewesen und es wurde dann nichts zurück. Und was denkst du, wie sinnvoll ist derlei Engagement, also zum Beispiel auch so Demos zu gehen, jetzt gerade auch in Corona-Zeiten, wenn man zum Beispiel auch sowas im Fernsehen sieht, dass Abstandsregeln vielleicht nicht eingehalten werden und so weiter. Also Engagement ist sowieso immer sehr wichtig. Jetzt mit den Demos, ich glaube, das ist ein Streitthema, ob man da jetzt hingeht oder nicht, halt auch wegen Ansteckungsgefahr. Bei der Demo, auf der ich war, hatten halt so gut wie alle Mundschutz an und da ist jetzt auch nichts ausgetroffen oder so, soweit ich weiß. Also du meinst, auch in Corona-Zeiten sollte man politisches Engagement verfolgen? Ich verstehe. Was würdest du denn sagen, sind die großen Themen der Zeit der Jugend vor Ort und auch in Gesamtdeutschland, wenn du das zusammenfassen solltest? Klimaschutz ist ja ganz groß. Die Black-Gas-Meta-Demos jetzt momentan und auch die Seenotrettung im Mittelmeer. Dass da halt täglich tausende oder auch Milliarden von Menschen ertrinken und keiner tut was, es wird nur geredet. Ja, wir als Jugendmigrationsdienst sind natürlich auch immer sehr interessiert an Fragen rund um das Thema Migration, wie das Wort schon sagt. Du hast gerade schon erzählt, dass du im Kinder- und Jugendrat plönaktiv bist. Inwiefern interessieren euch denn da auch das Thema Migration oder würde ich es mir wünschen, dass euch das Thema mehr interessiert? Hast du dazu was zu sagen? Wie schon erwähnt wurde, jetzt würde ich mir wünschen, dass es mehr Menschen interessiert, weil es ja auch ein sehr wichtiges Thema ist. Aber es ist gerade bei euch noch in der Entstehungsphase, sage ich mal. Du hast ja gerade schon von der Black-Gas-Meta-Bewegung erzählt, hast auch erzählt, dass du auf einer Demo warst. Wenn du jetzt so auf dein Leben schaust oder auf Zurückblickst, sag ich mal, inwiefern ist oder war denn das Thema Rassismus auch vor diesem ganzen medialen Aufruhr schon ein Thema für dich? Ein sehr großes, weil ich jetzt in meiner jetzt alten Schule hier in Plön auch mitbekommen habe, dass das sehr präsent war. Ich war jetzt noch in der 5. Klasse, haben wir im Kunstraum gestanden. Und dann kam eine etwas dunklere vorbei mit Kopftuch und die wurde halt wirklich aus der Tür getreten. Und das ist halt schon erschreckend, wie jetzt sogar Jugendliche damit umgehen und halt auch jetzt schon, ich sag mal, ausschreitend werden. Es ist halt erschreckend. Also würdest du auch sagen, Schulen sollten da sich mehr engagieren, auf jeden Fall, was diese Themen betrifft? Ja. Und wenn du auf deinen Alltag guckst, gibt es da noch mehr Berührungsthemen, vielleicht auch in deiner Freizeit, in deinem Freundeskreis, in deinem Job, wenn du einen hast, wo du mit diesem Thema kulturelle Vielfalt, Migration etc. in Berührung kommst? Nein. Also man bekommt das ja mit auf der Straße oder in der Schule, wie gesagt, oder ja auch im Freundeskreis mit Eltern, Familie oder so, dass halt schon so darüber geredet wird, dass man manchmal nicht versteht, warum das so aufgenommen wird. Und wie nimmst du hier so vor Ort, sag ich mal, so die Stimmung wahr oder wenn es jetzt auf dich speziell gewünscht ist, also hat das für dich irgendeinen Einfluss, wie du eine Person wahrnimmst, ob sie eine Migrationssituation gewandet hat, ja oder nein? Nee, ist das komplett egal. Und wie nimmst du allgemein so die Stimmung vor Ort oder meinetwegen auch in ganz Deutschland wahr, was das so angeht? Also ich beziehe mich jetzt mal hier auf den Ort. Also ich glaube, einigen ist es komplett egal und andere, ja, sagen, es ist egal, aber wenn man mit ihnen dann darüber redet, dann grenzen sie doch wieder aus. Okay, also trotzdem ein präsentes Problem, ja. Eine letzte Frage, wenn du da auch was dazu zu sagen hast, wenn du jetzt so eine Message der Öffentlichkeit oder auch den Leuten hier vor Ort mitgeben könntest, was das Thema Zusammenhalt und Zusammenleben angeht, was würdest du dann so kurz zusammengefasst den Leuten sagen? Grenzt Menschen nicht aus. Es ist egal, wo die herkommen. Mensch ist Mensch. Und wenn du nicht rauslesst, Vielen Dank.